Zu Befehl. Romulaner finden immer einen Weg. Griffon meldet sich zur Stelle. Zu Befehl. Bau der Station abgeschlossen. Zu Befehl. Zu Befehl. Boah, wieviel steht's bei mir hier noch? Na komm Leute. Müssen wir mal schneller gehen hier. Komm, komm, komm. Geht doch. Romulaner finden immer einen Weg. Also, wir werfen hier oben und da noch ein bisschen das... ...all zu gut stehen, nur... ...vor rechts und drüben. Griffon meldet sich zur Stelle. Zu Befehl. Romulaner finden immer einen Weg. Romulaner finden immer einen Weg. So. Wahrscheinlich ist es auch total übertrieben, dass ich da eigentlich einen Verteidigung bau, weil so viel haben die Bogen und Rücken aus. Am Ende auch nicht mehr, aber... Hey. Spart vielleicht auch Zeit, weil wir dann die Schiffe in den Bogen... Ich möchte folgende, dass wir in die Verteidigung reinfliegen. Griffon meldet sich zur Stelle. Wir haben den Feind angegriffen. Raumschiffsbau abgeschlossen. Zu Befehl. Zu Befehl. Zu Befehl. Griffon meldet sich zur Stelle. Griffon meldet sich zur Stelle. Baudestation abgeschlossen. Begeben Sie sich an diese Koordinaten. Zu Befehl. Jetzt sind noch irgendwas... Griffon meldet sich zur Stelle. Griffon meldet sich zur Stelle. ... ... ... ... ... Rücken aus. Griffon meldet sich zur Stelle. Baudestation. Brücken aus. Griffon meldet sich zur Stelle. Zu Befehl. Brücken aus. romulana finden immer einen weg gut dann halt die letzten zwei schon immer einen weg da haben die klingonen endgültig abgeschlossen aber immer noch so meine gedanken zur stabilität von melde sich zur stelle da kommt unsere armada was denn das wort ist ja griffon meldet sich zur stelle zu befehl zu befehl wird gemacht na toll fortfahren mit schiffsbau zu viel dazu kurs wird gesetzt raumschiff bau abgeschlossen fahren sie fort centurion zu befehl zu befehl zu befehl rücken aus raumschiff bau abgeschlossen mit etwas ganz viel unglück griffon meldet sich zur stelle griffon meldet sich zur stelle haben die klingonen hier jetzt auf irgendwo auf dieser karte noch ein schiff was eventuell sogar noch getarnt ist griffon meldet sich zur stelle begeben sie sich an diese koordinaten mein leben für das imperium bleiben sie in bewegung wird gemacht raumschiff bau abgeschlossen ach je immer diese fahren sie fort centurion hier raumschiff bau abgeschlossen raumschiff bau abgeschlossen komm raus komm raus komm raus wo immer du bist griffon meldet sich zur stelle zu befehl na kommt schon fahren sie fort centurion rücken aus und auch mal ein bisschen mit mehr suchen also griffon meldet sich zur stelle quatsch wieder so dann halt noch ein paar scout schiffe fortfahren mit schiffsbau aufklärer zur stelle geben sie mir manuelle kontrolle bestätigt aufklärer zur stelle das ist doch gar nicht versteckt diese klingone mein leben für das imperium bleiben sie in bewegung raumschiff bau abgeschlossen griffon meldet sich zur stelle antrieb aktivieren hier wieder alle manuell zur zu befehl zu befehl zu befehl temperaturschicke verstärkungen sind unterwegs ähm ok raumschiff bau abgeschlossen aufklärer zur stelle mein leben für das imperium aufklärer zur stelle aufklärer zur stelle aufklärer zur stelle das ist zwar schon ein bisschen völlig übertrieben mein leben für das imperium zusammenziehen für dieses vermutlich eine schiff aber hey geben sie mir manuelle kontrolle wir sind romulaner man braucht mehr mut zum leben als zum sterben zu befehlen der schwere wo er jetzt ungefähr hier ne wird gemacht griffon meldet sich zur stelle oh es sind sogar zwei rücken aus zu befehl gar nicht mehr so schlechta die größere Frense und so zusammengezogen hab Gryphon meldet sich zur Stelle Wir haben den Feind angegriffen Macht sich fällig, Jungs Wir empfangen eine Nachricht Wir haben den Klingonischen Abschaum gut bekämpft Sehen Sie dies als Anerkennung des Romulanischen Sternenimperiums Hallöchen, Freunde, wir sind da An alle Schiffe, Angriff Gryphon meldet sich zur Stelle Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben Wir haben das restliche Delizium aus diesem Sektor Rüsten Sie alle Waffen auf das Ziel Wir haben den Feind angegriffen Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sterben Zu Befehl Nichts wird übrig bleiben So, aufzune Nexus Wahrscheinlich kann es sogar diese Verstärkung Die sind die Anerkennung von Romulus bekommen haben Die sind die Anerkennung von Romulus Die sind die Anerkennung von Romulus Aber na gut Das ist die Geflupper Ist ja auch gegeben Na gut Das ist die Geflupper Ist ja auch gegeben Na gut Ja, wird einer der Warburgs Ist das nicht mitgenommen Auch Wir haben den Feind angegriffen Zu Befehl Fahren Sie vor Centurion Wir haben das restliche Delizium aus diesem Sektor Wo shoulder bläst du Im Tempo Bild O f Romulana bittig immer einen Weg Mein Leben für das Reinen Treifen Sie die verräterischen Hedioten an Treifen Sie die verräterischen Hedioten an Ah, hey Gott! Wird gewiss! Begeben Sie sich an diese Koordinaten! Äh, wo wollte denn jemand hin? Begeben Sie sich an diese Koordinaten! Zu Befehl! Mein Leben für das Reich! Wir haben den Preis angegriffen! Doch Freunde, alles was zu geben braucht! Willkommen meldet sich zur Stelle! Romulana finden immer ein Weg! Mein Leben für das Reich! Mein Leben für das Reich! Romulana finden immer ein Weg! Ziel erfassen und dann feuern! Warbound meldet sich zur Stelle! Oh ... Ach Gott, ich weiß gar nicht! Ach, ich bin ganz kass! Geißen Sie diese verräterischen Idioten an! Riffon meldet sich zur Stelle! Ach ja! Dann kommst du密, werde ich nicht mehr. Triffon meldet sich zur Stelle! Zur Befestigung! Befehl. Griffin meldet sich zur Stelle. Wir haben den Seind angegriffen. Warbird meldet sich zur Stelle. Rücken aus. Zu Befehl. Rücken aus. Feuern Sie mit allen Destrufters. Mein Leben für das Reich. Weiter zu den Koordinaten. Okay. Mein Leben für das Reich. Mein Leben für das Reich. Richten Sie alle Waffen auf das Ziel. So. So. Die letzten Reste der Befehl. Zu Befehl. Wird's gemacht. Griffin meldet sich zur Stelle. Wir haben den Feind angegriffen. Griffin meldet sich zur Stelle. Die erfüllte Forschungsstation. Aber Forschungsknoten irgendwie. Wie erinnert sich das? Nichts wird übrig bleiben. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sternen. Jawumm. Geht doch. So. Dann noch hier oben. Man kann's jetzt noch mal rein. Mein Leben für das Reich. Man braucht mehr Mut zum Leben als zum Sternen. sterben man braucht mehr mut zum leben als zum sterben wir benötigen reparatoren wir benötigen reparatoren auch kommt leute nicht schon wieder irgendwo so ein schiff hier oder was antrieb aktivieren stehen wir hier verstecken heute oder was fahren mit schiffsbau also links kann ja eigentlich immer sagen auch in der mitte nicht mehr in der burg verstanden wir benötigen reparatoren mein leben für das reich so mein leben für das imperium kurs wird gesetzt bestätigt ja gut dann denken wir halt auch noch mal den rest der karte hier auf meine güte raumschiffbau abgeschlossen kurs wird eingegeben mein leben für das reich mein leben für das imperium geben sie mir manuelle kontrolle geben sie mir manuelle kontrolle antrieb aktivieren da vielleicht noch abgeschlossen verdunkelt zu befehl kommt das macht jemand aber suchen und zerstören man braucht mehr mut zum leben als zum sterben kurs wird gesetzt romulaner finden immer einen weg stören wird gemacht man braucht mehr mut zum leben als zum sterben ja freunde tut mir leid dass ich jetzt so hinaus zieht am ende noch aber wenn sich jedes mal so ein einzelne schiffchen irgendwo auf diesen karten hier versteckt du musst auch nichts mehr erhebel verstanden die halbe karte ist mittlerweile aufgedeckt und in der bog base kann nichts mehr sein raumschiff bau abgeschlossen bestätigt dort dort ich werde ruhig das geschehen so abgeschlossen ist oder sowas geben sie mir manuelle kontrolle ah raumschiff bau abgeschlossen greifen sie diese verräterischen idiosen an wir haben den feind angegriffen mein leben für das reich raumschiff bau abgeschlossen antrieb aktivieren aber die maria schneidplatte in einem baukwürfel ich hoffe dann instinkt dass es der letzte ist raumschiff bau abgeschlossen immer noch nicht kontakten sie den romulanischen senat und sagen sie ihm der plan war erfolgreich unsere verbindung zu torwalds klingonischen streitkräften wurde hiermit abgebrochen und wir haben noch immer das omega partikel die verhandlungen mit dem klingonischen reich können beginnen und liebe freunde das waren die romulaner wir sehen uns dann bei den borg die auch die Bis zum nächsten Mal.